Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung bei uns hier auf dem Kanal, sofort und gleich. Thimbleweed Park, ein Spiel vom ehemaligen Lucas als Genie, oder Genius. Ja, also, ich bin da auf jeden Fall von Ron Gilbert, ich bin auf jeden Fall mega begeistert, ich habe es schon länger im Visier gehabt. Jetzt gibt es kostenlos, Leute, es gibt das Spiel kostenlos, wer die alten Lucasfilm-Adventures geliebt hat. Manning Manson, Sack McCracken, und so weiter und so fort. Leute, Thimbleweed Park ist full of energy! Ja, wir schauen uns das gleich mal an. So, ein neues Spiel, würde ich sagen. Dann natürlich den schwierigen Modus. Und ist das nicht geil? Klassische, alte Lucasfilm-Grafik. Ah, ist das nicht schön. Ich habe gedacht, ich wäre schon... Naja. Erinnert mich so ein bisschen an das Zimmer von Sack McCracken, am Anfang. Ja. 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 Okay, also auf, los geht's los. Ja. Dobl. Ja. Ja. Ich bin Off. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. I fly halfway around the world and an odd note is waiting for me in my hotel room. It says to come to the bridge down by the river. This looks like the place. I could really go for some Wiener Schnitzel after the long walk out here. A Wiener Schnitzel? I'm supposed to meet someone down here. Have you seen anyone? You haven't, Whiskey. Are you sure you have not seen anyone? I'm glad Chuck is dead. Ruined my life. Wake up, sir. Wake up, sir. I have to go. Sleep well. This is my wallet and it has 252 American Dollars in it. Bruce, it freut mich, dass du akzeptierst, dass dies die Lösung ist. Es gibt überall Augen, also folge diesen Anweisungen auch. Lass deine Papiere im Hotelzimmer, geh zum Fluss unten an der Dressletrailbrücke, schalte als Zeichen das Licht über dem Schild des Dressletrails aus, treffe mich beim großen Eingang zu der Unterricht und Kanalisation. Stell sicher, dass dir keiner folgt. It is the keycard for my room. It is a Pillow Bear prototype. Turn the bear inside out and you get the pillow. Very top secret. Wake up, sir. I have to go. Sleep well. I can't reach that. I have to stay here until I finish my mission. It is too hot to touch. I do not see a way to turn it off. It is a rock. It is a rock. I had better follow the instructions on the note before wandering into the underbrush. It is a rock. So there, I have completed step three of the note. Now for step four. I have to do so, I have to wait. I have to do it. I will finish my mind while walking, I have to go. I have to lie to the underbrush. Oops. Also, ich bin die Leiche. I like working a case alone. I especially don't need some junior agent messing up my investigation. Especially some junior agent that thinks I don't know there isn't a home office in Albuquerque. So stay out of my way. Take a lot of notes. Sit back and learn. And I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here. Your reputation certainly precedes you, Agent Ray. I'll take that as a compliment, Agent Ray is. It's how it was intended. I'm sure it was. Let's photograph the victim and head into town to talk to the local sheriff. The body is starting to pixelate. Body starting to pixelate. This is going to be a long night. It appears to be a male, approximately 40 years old. Looks like he's been in the water for 24 hours. You can tell by the pixelation around the nose and neck. Let's see here. There's no wallet in his pockets. But I found a card. Possibly a key card from a hotel. A long way. The cell phone has no reception. It's an instant camera. But there's no film. It's a hotel keycard from the dead man. There appears to be a small body or not. I don't want to turn the body over. That's the corner. His suit looks tailored. Possibly European in design. Appears to be a male, approximately 40 years old. Looks like he's been in the water for 24 hours. You can tell by the pixelation around the nose and neck. There's no wallet in his pockets, but we've found a card. Possibly a keycard from the hotel. It's an empty whiskey bottle. It's an empty whiskey bottle. Definitely not the murder weapon. Wrong sized body hole. The bulb's broken. When you are on the house. Ok, he's coming. He's coming. It's an empty whiskey bottle. Die Kettensäge darf ja nie bei solchen Spielen fehlen. Die Kettensäge darf ja nie bei solchen Spielen. Also zur Erklärung, das ist ein Klassiker. Ein LucasArts Klassiker. Die Kettensäge ohne Benzin gab es damals in Many Manson. Das war ein riesen Mysterium. Also schon früher wurde mit solchen Tricks gearbeitet. Jeder hat das Benzin. Es gab dann auch eine Treppe, die man angeblich damit reparieren kann, wenn man das Benzin für die Kettensäge findet. Das Benzin gab es natürlich nirgends im Spiel und die Treppe war auch völlig unwichtig gewesen. Insofern, das war ein klassischer Witz hier mit der Kettensäge. Wir kennen nur die Leute, die schon damals in Many Manson gespielt haben. Ah, ich sollte vielleicht Fotos für den ganzen Sachen machen. Es ist eine Instant-Kamera, aber es ist kein Film in es. Es ist kein Film in der Kamera. Äh... Okay, dann müssen wir jetzt ein paar Fotos machen. Ich denke, wir hätten besser eine Fotos von diesem Körper, bevor es pixelate any further. Good plan, Agent Ray. Ich würde nicht glauben, dass ich einen Film auf dich haben. Ich würde sicher. Ich würde nicht glauben, dass ich einen Film auf dich haben. Ich würde sicher. Ich habe genug zu sprechen. Es ist eine Instant-Kamera, aber es ist kein Film in es. Das ist schade. Ich bin froh. Ich denke, wir hätten besser eine Fotos von diesem Körper nehmen, bevor es pixelate any further. Good idea, Agent Ray. Ich habe genug zu sprechen. Habe ich jetzt die Kamera wieder zurück? Da hat jetzt die Kamera genommen. Hat aber überhaupt kein... Ich habe genug zu sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob er ein Foto gemacht hat. Normalerweise müsste man das ja dann sehen. Alter, ich gebe dem die Kamera, damit dieser Vollpfosten-Dummeimer da den Scheiß-Film reinmacht, den er ja angeblich hat. Alter, geh mir nicht auf die. So, also. Ich habe genug zu sprechen. Da ist ein Schatz-Film in der Haut. Oder oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist die Korinne. Das ist die Korinne. Ich denke, wir besser eine Fotos von dem Körper nehmen, bevor es pixelates any further. Good plan, Agent Ray. Ich habe genug, Chatte. The cell phone has no reception Detective Angela Ray Senior is an empty whiskey bottle Definitely not the murder weapon Long sized body hole I can't use it until I find some chainsaw gas I can't budget I can't budget I don't want to pick that up I can't budget I can't budget I can't budget I can't budget There are signs of a struggle here. This is clearly a drag mark. The victim was obviously knocked out here, then dragged over to the stream. I don't see any blood, so I think he was actually killed in the water. I think we'd better take a photo of that body before it pixelates any further. Good idea, Agent Ray. I've had enough chatting. The cell phone has no reception. I think we'd better take a photo of that body before it pixelates any further. It's purposefully detected. I don't know exactly why this hole in there actually doesn't take a photo of the camera again. I'll see if there's a picture on the screen. Trestle Trail, the Thimblewee Park, 1.7 miles. Trestle Trail, the Thimblewee Park, 1.7 miles. The sign doesn't move. The sign doesn't move. It's finally in place. Trestle Trail, the Thimblewee Park, 1.7 miles. Happy to help. Happy to help. I need to stay focused and solve this murder, so I can do what I need to do. Ah, yeah, it's check-ins. It's an instant camera, but there's no film in it. Yeah, it's check-ins. It's a sample package of Polaroid films. It's a sample package of Polaroid films. It's a sample package of Polaroid films. It only contains one photo. This is a cool. It's an instant camera, but there's no film in it. There are signs of a struggle here. This is clearly a drag mark. The victim was obviously knocked out here, then dragged over to the stream. I don't see any blood. So I think he was actually killed in the water. I can't budge it. Also, der ist genauso clever wie sie. Den Film haben wir jetzt. It's an empty whiskey bottle. Definitely not the murder weapon. Like I don't have enough to carry already. Like I don't have enough to carry already. And if not, probably. I don't have enough to carry already. But I'll have enough control. I don't have enough to carry. I don't have enough to carry as well. My blood peed was so fast. I don't have enough to carry. I don't have enough. But I knowですか. You can't do it. Ich schätze mal die Kettensäge, kann ich ihm schon mal gehen, ich kann ihm auch mit Sicherheit die Wissen geklatschen gehen, ja so siehst du auch aus. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das mal zurückgehen, ich bin nicht okay, ein Atari-Modul. Atari 2600, zwei Teile habe ich tatsächlich die früher mal selber gehabt, ey, sensationell im Grunde. Es ist ein Circus Flyer mit einem crazy-looking Kleine auf es, ein guter Make-up, aber es ist ein Circus Flyer E.C. E.T. für die 2600. Die Signale sind sehr stark, was Sieg? 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 Ich habe einen Schönen mit dir. Die Nacht, die Desserted Road, die in eine Giant-Pigeon-Postum, was es zu gut zu passen. Aber die Signale sind sehr stark, heute. Sehr stark. Was? Das ist wirklich odd. Should ich save meine Game? Ich würde mich nicht mehr überdenen. Die Game war expertly designed, um keine Dead Ends oder Deaths zu tun. Es wäre immer so scary, und wäre ein Gefühl, dass Sieg zu sehen, was Sieg zu sehen. Sie können sich sicherlich, wenn Sieg zu sehen, was Sieg zu sehen. Aber ich würde mich auf den Signale sind. Sie können sehr stark und disrupten die Power Grid. Sie haben sich über einen Federalen Agenten. Das ist eine Felony. Sorry about that. Wie gesagt, die Signale sind sehr stark, heute. Das ist eine ganze Menge aner Sieg zu sehen. Das ist eine große Ebene. Was Sieg zu sehen, wenn Sieg zu sehen, war eine Schweine aus dem Kopf? Die Gründe ist eine große Bedeutung. Das ist eine große Bedeutung. Hey, ob die Beechte. Wir wissen nicht nur ein bisschen über die Bedeutung. Aber die Signale sind sehr stark, heute. Sieg zu sehen, heute. Sehr stark. Why are you dressed like a giant pigeon? Were the Pigeon Brothers Plumbing? I'm Beth. That's my sister Emily. Hi there! What, brothers? If you're sisters? Dad was expecting to have sons. We have a suit sheet to have the van repainted. So what's wrong with it till he's dead? Oh, soon. Shut up, Emily. I think I've had enough of you. I need to find the sheriff and solve a murder. Nice talking to you, too. Whack! Whack! Click, click, click. Whack! Whack! Click, 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 click. Whack! No need. The perps are outside. Whack! Whack! Squeak! It's a plumbing van driven by fake pigeons. What's what's tattooing? Es wäre auch vielleicht nicht schlecht, wenn er mit ihm käme. Kann man eigentlich in die andere Richtung auch laufen? Was wäre denn da gewesen? Von Nittanovas. From a six pack! You're supposed to cut them off before tossing them. Saves wildlife. We couldn't save them all? We couldn't save them all? We won't lose them. We're all all human. Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße, wo ist dieser Friedhof? 81 Einwohner bzw. 80 nach dem Mord. Und dieser Friedhof ist einfach riesig. Was ist das für ein riesiger Friedhof? Untertitelung des ZDF, 2020 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 I don't remember calling the Federnos. That's what you are, Feds. Hard to miss the government-issue suits. Damn straight, we're the Feds. Whoa, hold your horse a Reno. No need to get snippy. Looks like you heard about our little murder Reno out by the bridge, huh? There's nothing little about murder, sir. Ignore him. He's new. No sense in wasting everyone's time, Reno. This cutscene is starting to get long, and it's only going to get longer. Let's find the coroner and get you on your way. Wrestling starts at 8. I hope he's talking about on TV. The coroner is waiting for you in his office. Come see me when you're done. I apologize, Reno, for all the lights being off. We don't stay open, as long as you city-slic-Arenos do at night. Even for a murder? Especially for murder. That makes no sense. Are we authorized to shoot people-Arenos? So, ich würde sagen, wir speichern jetzt mal den Spielstand hier. Ja. Perfekt. Und machen das nächste Mal weiter. Also, ich bin jetzt schon geflasht von der Story. Und wie gesagt, ich liebe LucasArts, die alten LucasArts-Spiele. Und hier geht mir das Herz auf bei Thimbleweed Park, wenn ich das hier sehe, wie das momentan hier alles aufgebaut ist und so weiter. Schon richtig Bock drauf, das Spiel weiter zu zocken. Ja, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen bis jetzt. Und es reizt euch auch schon ein wenig, wenn ihr selber Bock drauf habt, das zu spielen. Ihr könnt es momentan sogar beim Epic Games Launcher kostenlos herunterladen und spielen. Ja. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schreibt es euch wieder an. Wenn es wieder heißt, Thimbleweed Park. Mit mir, dem Andai. Schaut rein. Bis dann. Und tschüss.